Aber du könntest zum Beispiel, nur ein Beispiel, das wird jeder verstehen. Angenommen, ich stehe morgens auf und fresse eine Pizza. Und dann den ganzen Tag über gar nichts mehr und trinke nur noch Wasser. Werde ich abnehmen? Klar. Warum? Du kommst ja in den Fastenmodus rein. Was heißt das? Naja, wenn du nichts mehr einschmeißt, dann muss ja der Körper anfangen, trotzdem Energie zu gewinnen. Weil ja, der Körper muss ja leben. Das Herz muss pumpen, die Leber muss funktionieren. Das braucht ja alles Energie. Auch wenn du nur sitzt. Das ist ja der Grundumsatz. Ah, okay. Und woher holt der das? So ein Fettgewebe dafür hat das ja mal angelegt, dass du mal eben nicht fünfmal am Tag frisst. Also ich habe Models kennengelernt, die morgens drei Kugeln Vanille-Eis fressen, mit Nutella drüber und Models sind und schlank. Dann haben die natürlich den ganzen Tag über gar nichts mehr gefressen. Ist das gelungen? Nein. Empfehle ich das? Nein. Nimmt man damit ab? Ja. Kannst du mit Vanille-Eis mit Nutella drüber abnehmen? Ja. Aber nicht, wenn du sie abends nach der Pizza frisst und schon ein Brötstück hattest und Mittagessen hattest. Deshalb, es gibt Konzepte, wo du alles essen kannst, was du willst, die ich nämlich empfehle. Jetzt komme ich und sage, du kannst essen, was du willst in der Diät. Auch Eis? Ja.